hallo und herzlich willkommen hier 224 bei Karate Maturin ich wünsche alles ein frohes neues Jahr hoffe ihr seid mal gut reingerutscht ohne Blessuren wenn ihr was knallen konntet, hoffe ihr habt auch gekommen und wenn nicht, hoffe ihr habt schon angeflogen ja ich fahr jetzt Richtung Fentenrohe 48 und wir werden dann mal davon düngen weil da sind ja noch ein bisschen gedüngt aktuell wird auch 16 noch gedüngt und dann müssen wir auf Feld 12, wenn es dann auch funktioniert auch düngen ich habe ja irgendwie durch missgeschickt hier auf 6 Tage, also auf 9 Tage ist etwas ungünstig, es dauert ein bisschen zu lange aber dann können wir halt beruhig mit 5 durchspielen und was dann genauso wichtig ist für Nachts können wir dann allgemein schlafen und so kriegen wir auch einige Tage rum ja ich wollte noch eine Ladung Gülle holen von Hof 1 über BGH und dann müssen wir mal gucken ich habe ja einige Fahrzeuge da dann müssen wir den Traktor nehmen von die für Pferdegras vorgesehen ist das ist auch irgendwie reif da kommt ja genau dann, den ich nicht brauche aber gut, das ist halt so ach, da ist euterig den können wir auch nehmen die müssen sie nicht so einkaufbeflanken werden ich fahre auch mal fährt nur 48, 60 ist ja rechts da wird gerade gedüngt dann kommt die 49 da ist auch hier rechts wir fahren auch die 48 das Feld kommt jetzt was haben wir eingesehen? Sonnenloom so Kursgenerierung Vorgewende 2 Uhrzeigersinn 30 Meter Situation Vorgeräumende oder Überlappung äh gut 48 einstellen alle antreten zumindest im Kurs dann werden wir gleich mal mal speichern so gehen wir uns auch mit Dünn machen ne? dann können wir irgendwann mal einen Ordner einstellen dann können wir Dünn an der Oben schieben das lässt sich besser erkennen egal ob das Feld also Feld 48 oder 30 Meter speichern am ersten Wegpunkt fährt am meisten die zweite rum gelangt oder ist ja immer so mal mit blau der dunkel ja ich glaube dunkel da wird nicht dunkel gut dann geben wir auf Feldnummero und das ist zugleich ein grün das ist ja auch somit gehen lassen gut geht auch nicht wie auf Feld 12 und warum geht es hier nicht weiter? ach ich habe ja hier das jetzt weiß ich ich habe ja gespeichert und geladen muss wieder aktivieren und ich dachte schon kaputt beziehungsweise ich weiß nicht welcher Radius er hat hier aber das ist schon ganz das scheint hier weg zu gehen ne? auch schöne Geräusche hauptsache spielstürzungen er hat ja ja Windows macht ein Problem ja weil der abschluss ab und zu mal blauer Bildschirm hatte ich heute auch schon gehabt und zwar in der Folge Nr. 2 deswegen ist darüber unterbrochen uns bisschen komisch aus äh oder sah komisch aus äh ja dünn geht nicht Mist fahren Mist fahren bin ich bei 5.60 wird gedünnt was können wir noch vorbereiten Gülle und ja ja wir werden hier mal da hier auch bisschen Unkraut ist aber da wollte ich nochmal fahren also da müssen wir was hinbringen das sind 3.000 das reicht nicht aus das kann ich jetzt schon sagen also ich muss es kaufen im globalen Markt da lohnt sich nicht das ist nicht genug man muss nächstes Jahr in Thüringen mit Panacanbau wenn man habs also habs also habs also nächstes Jahr also wird äh die Produktion könnte auch produzieren und einkaufen aber wir werden dann gucken was da fehlt und den Rest dazu kaufen schau mal ja das ist teuer aber muss gekauft werden ja das ist teuer das ist teuer aber muss gekauft werden ja umgünstig über dünne Blech verbeugt das ist ja der E-Verkehr ist aus hier fahren sie auf um schneller das wissen wir was kann so ja Müller ist rechts viele Sachen die gemacht haben wir die jetzt nach dem der 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 Das war nicht vorgeheben, mein Kollege, aber gut, das macht ja nichts. Das macht ja nichts. na gut, haben wir verschenkt, aber auskippen wollte ich auch nicht na gut, was soll das? das ist geschickt was soll das? ja viel Mais, zwei Felder, recht große und Pferdegas soll ja auch Silage werden und die andere Silage, Klee und Luzerne wahrscheinlich für die BGH und teilweise für Tiere teilweise ich könnte auch die billige Silage vom Gras noch einmal ernten und die bringt bei der weg ja alles viel ein da kann ich sicherlich noch einiges machen was ist los, Junge, was ist los? das ist irgendwie mal Schwierigkeiten da ist eher das Problem im Gewicht da hinkommen, wo er hinkommen will da kann man da ein bisschen zu da kann man da ein bisschen zu da geht nichts da geht nichts da müssen wir ganz kurz was er verbringt was er verbringt wunderschönig, ne? da sind wir nicht rum wir müssen mit dem Traktor fahren mit Wolli mit Wolli das ist so man kann das Güllefahren auch vergessen, ne? ja probier's einmal naja, jetzt scheinbar wenigstens eigenermaßen hinzukommen, also im Fahren ist auch nix Richtung Feld, wir sollen mal schauen naja, schwierig, oh, zeigt auf, vielleicht wieder löschen, der Lecker ist krasch, eingeschlagen ist voll, wir fahren mal zum Hof ohne, probieren mal Jolly und Traktor, so, aber Traktor da, guten, schweren, der Fan, der Fan ist gut, blocking, ja, aber der ist zumindestens, jetzt weiß ich, wie was los ist, unser Freund für ihren Weg, mit dem Euterweg kommen wir jetzt auch nicht mehr klar, nein, 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 ja, das ist nicht so einfach, wenn du denkst, ich gehe gut vorwärts, dann geht nix vorwärts, ne? ich kann auch versuchen mal, den anderen zu fahren, hört den anderen an, den grünen habe ich den grünen hier oben oder oben bleibt, ein grüner ist hier, wenn man kommt auf den anderen hier und kümmert den Missfahrer und den durchfahrer, nö, müssen wir schauen, ob die Punkte so verschieben kann, dass der trotzdem fährt, ne? ah, der fährt, das ist, vielleicht so, ne? die erste und punkt weitergefahren war das da? Wow Ja Das war's für heute. Das ist ja das Problem. Das ist ein bisschen schwierig. Weil ich den Grund nicht weiß. Denn da steht dann oben nur 30 Sekunden bis zum Punkt. Und da soll ich auch fahren, ne? Das war's für heute. Das funktioniert auch nicht. Das ist ein bisschen schlecht, wenn der da lang fährt. So, dann werden wir manuell ein Stück weiter fahren. Und dann müssen wir eine Lösung gefunden haben. Das ist winzig. Ja, guter Rat ist teuer, ne? So, das soll schon für heute gewesen sein. Für den heutigen, ja, neuer, neuer. Eins, zwei, drei, vier, fünf, ja. Also für heute zum ersten Januar, ne? Und nochmal einen guten Rutsch heute, ne? Und einen schönen Neujahrstag. Ja, dann seid mal tschüss, tschau, tschau. Und für morgen geht's hier weiter. Hier, den Typen. Was genau. Ach so, den Güellabhung wurde ich. Tschüss, tschau. Und bis dann. Tschüss. Und natürlich hier die anderen LKW-Abholenden Anhänger. Tschüss. Tschüss. Tschüss.